Wieder sehr, sehr schwache Daten aus China, die darauf hindeuten, dass die Wahrscheinlichkeit für eine globale Rezession immer größer wird. Das wiederum stellt dann die Frage nach den Bewertungen, vor allem von einigen Aktien an der Wall Street, außer dem Attack-Bereich. Und manches deutet, wenn man sich die Indikatoren anschaut, auf eine jetzt anstehende größere Bewegung bei den Indizes hin, nachdem wir ja schon seit Wochen im Grunde in einer Seitwärtsrange handeln an der Wall Street. Aber da dürfte jetzt bald etwas passieren. Und die Frage ist, passiert das jetzt schon sehr zeitnah, etwa im Umfeld dieser ganzen Geschichte mit der US-Schuldenobergrenze? Heute wollen sich ja Präsident Biden und McCarthy, der Führer der Republikaner im Abgeordnetenhaus, treffen. Und Biden wird ja dann schon schnell wegfliegen, nämlich nach Japan zu dem G7-Treffen. Also der wird erstmal ein paar Tage unterwegs sein. Unterdessen leert sich die Kasse von Janet Yellen immer mehr, sodass da langsam Druck reinkommt. Und also lagen die Hoffnungen gestern vor allem auf den Aussagen der Biden-Administrationen. Och, wir machen ganz tolle Fortschritte. McCarthy, der Republikaner, hat das offenkundig anders gesehen. Die Märkte haben zunächst mal der Biden-Administrationen geglaubt. Was wir hier sehen, meine Damen und Herren, ist der City Economic Surprise Index für China. Ja, und wir sehen, das geht deutlich nach unten. NBS, praktisch die Nationale Statistikbehörde in China, schreibt über die heute Nacht veröffentlichten Daten, wir haben schließt einfach zu wenig inländische Nachfrage. Wir sehen, dass die Jugendarbeitslosigkeit jetzt auf 20,4 Prozent gestiegen ist. Das heißt, da sind viele Leute ohne Beschäftigung und das wird früher oder später Unruhe schaffen, auch wenn natürlich die Staatsapparate da sehr, sehr genau hinschauen. Wir schauen genau die Daten uns an. Industrieproduktion nur 5,6 Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen, erwartet 10,9 Prozent. Jetzt muss man wissen, dass im Vorjahresmonat eben China weitgehend im Lockdown war. Da war also wenig Produktion sowieso, wenn da Lockdown ist. Dementsprechend ist das eine absolut enttäuschende Zahl. Auch die Retail Sales, also die Einzelhandelsumsätze schwächer und die Bauinvestitionen, Fixed Investments, deutlich schwächer. Und hier sieht man schon, dass auch Xi Jinping langsam nervös wird. Jetzt wurde hier ein Comedian verhaftet, der die militaristische Sprache von Xi Jinping, vor allem in Richtung Taiwan, so ein bisschen, nur ganz zart parodiert hat, den Bums gleich mal die Handschellen geklickt. Und wir hatten gestern schon gesehen, dass China die Zinsen für Spareinlagen senkt, um den Konsum anzukurbeln, weil da schlichtweg zu wenig passiert. Das heißt, man gibt den Leuten keine Zinsen mehr, damit sie das Geld auch ausgeben. Wir sehen der Kreditimpuls schwach jedenfalls, da mehren sich jetzt die Stimmen, dass da irgendwie eine Zinssenkung aus China kommen muss. Und überraschend ist das erste Mal seit Juli 2022, also seit fast einem Jahr, hat China wieder US-Staatsanleihen gekauft, hat seinen Bestand an US-Staatsanleihen vergrößert und zwar in nicht unerheblichem Volumen von 20 Milliarden Dollar. Das ist die größte Summe seit Januar 2021. Also das ist erstaunlich. Deutschland hat übrigens amerikanische Staatsanleihen verkauft. Der Robert Habeck, der braucht da Geld, gell? Und da muss er halt auch mal ein paar Anleihen von den Amerikanern verkaufen. Wenn wir jetzt zu den Aktienmärkten kommen, dann sehen wir eine neun der letzten 20 Handelstage im S&P 500. Und dann hat der S&P 500 geschlossen zwischen 4.130 und 4.138 Punkten, also in einer engen Range. Wir sehen gestern leichtes Plus, vor allem wieder beim Nasdaq. Wir sehen, dass Finanzwerte gestiegen ist, deswegen der Russell 2000, also der Small Cap Index, in dem sehr viele Finanzwerte sind, mit am stärksten. Da haben sich die Regionalbanken erholt. Allerdings, wenn man sich den Chart des KRE-ITF anschaut, also des Regionalbanken-ITF, dann sieht das immer noch dramatisch aus. Also gestern wieder leichtes Plus. Und schauen wir uns mal das Volumen an, etwa beim S&P 500, also dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500. 53,9 Millionen unterirdisch. Wir hatten letzte Woche nochmal zwei noch unterirdische Handelstage, aber alles unter 70, unter 80 Millionen Kontrakten ist echt schon dünnes Volumen. Und 53 ist eine Katastrophe. Das ist wirklich unterirdisch. Hier sehen wir nochmal, es war Amazon, es war vor allem Meta, es war Nvidia, es waren vor allem wieder Tech-Werte, die das Ganze nach oben gezogen haben und Finanzwerte. Ansonsten sind wieder nicht mehr Aktien gestiegen als gefallen gestern. Und hier sehen wir, dass der S&P 500 schon lange an dieser Widerstandszone in diesem Bereich 4.150, 4.175 handelt. Bisher kommt er nicht darüber, wird das bald passieren. Hier sehen wir mal den Nasdaq, der sich auch so ein bisschen verkeilt, so eine Wedge bildet. Unten sehen wir das deutlich abnehmende Volumen in den letzten Tagen. Man steigt also unter fallendem Volumen, könnte man sagen. Gleichzeitig sehen wir ein Auseinanderdriften zwischen den Anleihen. Wir sehen, dass die US-Staatsanleihenrenditen gestern wieder gestiegen sind. Aber Tech auch. Normal läuft das nicht 100% gegenläufig, aber doch korrespondiert, ist meistens deutlich negativ korreliert, diese beiden Geschichten. Und wir sehen weiter dieses Muster, das jetzt Sudmayer von der Bank of America veranlasste, sagen Vorsicht, wir stehen vor einem Top. Denn die Advanced-Decline-Linie, also die Anzahl der Aktien, die steigen in Relation zur Anzahl der Aktien, die fallen. Die Set sieht nicht gut aus. Hier sehen wir vor allem in dieser Grafik, dass wir hier unten, jetzt wenn Sie mal gucken, oben sehen wir den S&P 500. Unten sehen wir die Advanced-Decline-Linie, also wie viele Aktien über ihrem 10-Tages-Durchschnitt sind. Und das geht immer weiter zurück. Also die Schwäche, die wir hier schon unter der Oberfläche sehen, die wird nach wie vor kaschiert. Durch die Dickfische, durch eine Apple, durch eine Microsoft, Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon, Tesla und Salesforce. Diese acht Aktien, die sind verantwortlich für 100% jetzt des gesamten Kursanstiegs im S&P 500. Ohne die wäre der S&P 500 unverändert. Das heißt, es ruht auf diesen ganz wenigen Schultern. Und schauen wir uns mal einen Dickfisch an. Hier eine Apple etwa, die auch so eine Verkeilung sich jetzt hier in eine Verkeilung hinein bewegt. In der Widerstandszone mit negativen Divergenzen auf vielen Ebenen. Und auch unten sehen wir den SPY, also das ETF auf den S&P 500, auch mit so einer Verkeilung, was er da kommt. Was normalerweise, das muss nicht heute sein, das könnte aber morgen sein. In Reaktion auf das, was McCarthy und Biden da miteinander diskutieren. Die Hoffnungen sind ja groß, obwohl McCarthy gesagt hat, da haben wir null Fortschritte gemacht. Und man ist sehr, sehr long positioniert. Es wird ja immer gesagt, oh, es werden alle so short. Und man verweist auf die Future-Kontrakte im S&P Mini-Kontrakte. Das stimmt, aber das sind weitgehend eben Hedge-Positionen. Das, was Sie hier sehen, etwa bei Wall-Control-Funds. Das sind Algorithmen, die für institutionelle Player hier agieren. Die haben alleine in den letzten Wochen 72 Milliarden Dollar an US-Aktien gekauft. Und raten Sie mal, welche Aktien? Na, die Tactic-Fische. Also man kann nicht sagen, dass diese Rally sozusagen ohne Beteiligung ist. Jetzt sehen wir Equity-Positioning bei diesen Systematic-Fonds ist so hoch wie zuletzt im Dezember 2021. Das gilt genauso für CTAs, also für diese Commodity Trading Advisor. Und jetzt eben die Frage, kommt durch diese ganze Schuldenobergrenzen-Thematik eine Rallye, wenn das gut laufen würde? Oder eben ein Sell-Off, wenn es nicht so gut läuft? Gestern hatte ich ja diese verschiedenen Headlines mal zusammengefasst von Bloomberg. Aktien steigen wegen Optimismus. Aktien sind gemischt, weil man sich nicht mehr so sicher ist. Aktien sind negativ, weil die Daten schlecht sind und eben die Unsicherheit über diese Dead-Sealing-Geschichte der Fall ist. Jetzt hat Jell nochmal gesagt, es könnte in Tagen passieren. Es könnte am 1. Juni passieren. Vielleicht ein bisschen später. Vielleicht aber auch nicht, wann sozusagen hier die USA technisch zahlungsunfähig sind. Und Goldman Sachs sagt, ja, diese Woche von 5. Juni wird jetzt immer wahrscheinlicher. Und McCarthy, der Führer der Republikaner, hat nochmal klargestellt, no progress ahead. Also wir haben keinen Fortschritt gemacht. It's very concerning to me. Und man hat so den Eindruck, dass Biden die Sache nicht so wirklich ernst nimmt. Man spricht ja von diesem sogenannten X-Day oder X-Date. Also der Tag, an dem sozusagen die Taschen zugehen der Amerikaners. Hier verschiedene Schätzungen. Anfang Juni spätestens dürfte das der Fall sein. Und gucken wir uns mal an die verschiedenen Jahre, als es auch diese Diskussion über die Schuldenobergrenze gab. Da sehen wir, dass wir dann eben 2011 dann diese maßgebliche Bewegung hatten. Dagegen im Jahr 1995 und 2013 ist relativ wenig passiert. Also damals war die Sache relativ entspannt. Jetzt kommen wir nochmal zu der Wirtschaft. Und da sehen wir auch das City Economic Supply Index. Nicht nur für China, sondern auch für die USA. Der ist deutlich schwach. Das heißt, die Rezessionswahrscheinlichkeit steigt immer mehr. Normalerweise ist eine Rezession nicht gut für Aktien. Die Aktien sagen sich, das ist uns wurscht, das können wir ja als nächstes Mal bedenken. Heute bekommen wir die Retail Sales, ja so wichtig. Also die Einzellandsumsetzer in den USA. Die Daten ja zuletzt eher schwach von den Konsumenten. Gestern dieser katastrophale New York Empire State Index mit dem drittgrößten Fall seiner Geschichte. Auf jetzt minus 31, also tief in Rezessionsterritorium. Und wir haben jetzt neue Rekorde in kurzer Zeit in Sachen Bankrotte in den USA. Sieben große Firmen haben jetzt in 24 Stunden Bankrott angemeldet. Unter anderem Wise in Amerika, in den USA sehr, sehr bekannt. Wir sehen jetzt die Bankrotte bis April schon mit einem neuen Rekord seit dem Jahr 2010. Also das häuft sich jetzt, diese ganze Geschichte. Und Bostick, der Atlanta-Fed-Chef hat es, glaube ich, auf den Punkt gebracht, gestern, als er gesagt hat, wir sind jetzt erst am Beginn einer Zeit, wo wir sehen, dass die Zinsanhebungen zu wirken beginnen. Das genau ist der Punkt. Das dauert eben, bis sich das ins System reinfrisst. Hier nochmal verschiedene andere Grafiken in Sachen dieser doch sehr, sehr steilen Anstiege der Bankrotte in die USA. Und hier nochmal Aussagen eben von Bostick, der gesagt hat, also bis 2024 werden wir die Zinsen nicht senken. Ähnlich auch Kashkari, nur Gulsby hat gesagt, lass uns jetzt mal abwarten, wie diese ganze Geschichte wirkt. Heute haben wir wieder jede Menge Fedspeak durch Mester, durch Bostick, durch Barr und durch Logan. Also da kommt wieder einiges auf uns zu in Sachen Fed und vielleicht das Dilemma. Das bringt dieser Mann auf den Punkt, Raghuram Rajan, der sagt, naja, wenn die Fed jetzt eine Pause macht und das klar kommuniziert, dann feiert der Markt wiederum. Dadurch wird der Job der Fed deutlich schwieriger, denn dadurch, wenn die Aktienmärkte steigen, sind die Leute auf dem Papier reicher, konsumieren mehr. Das Thema bleibt dann eben dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Viel Konsum, viel Nachfrage sorgt in der Regel für steigende Preise. Und jetzt auf der anderen Seite, wenn man eben gucken muss, wie man jetzt mit diesen Problemen der Finanzstabilität umgeht, Stichwort Bankenkrise, da ist es jetzt ein bisschen ruhiger geworden, obwohl die Abflüsse bei den Banken insgesamt natürlich weitergehen. Und jetzt beginnt auch das Rattenrennen hier in Europa massiv, denn wir sehen, dass die Sparkassen jetzt in das große Zinsrennen einsteigen. Die haben sich ja bisher sehr zurückgehalten und gesagt, ach, nö, wir hatten noch so lange Negativzinsen, da geben wir nichts weiter. Jetzt muss man aber offenkundig sich bewegen, weil die anderen eben sich schon bereits bewegt haben. Das ist die erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Die Sparkassen bieten jetzt verstärkt Zinsen an, um eben wieder Konkurrenz oder um konkurrenzfähig zu bleiben. Der DAX, der nach wie vor in diesem Bereich 15.900 hantiert, schwunglos, viele Risiken, wenig positive Impulse, so ein Kollege von mir in einer ausführlichen Analyse zum DAX. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, China senkt die Zinsen für Spareinlagen, um den Konsum anzukurbeln. Das Problem ist der Immobilienmarkt. Das ist der Grund, warum wir eben diesen Aufschwung nicht sehen, von dem ich lange gewarnt habe, dass er nicht kommen würde. Alle waren total optimistisch. Boah, China, wenn die erst aufmachen, dann brutzelt es. Dann wird die Konjunktur ja durch die Decke schießen. Das Gegenteil ist der Fall. China erholt sich nicht. Das hat strukturelle Gründe, die Sie hier in diesem Artikel finden. Also drei Artikel-Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal sehr, was und ciao.